Ok, wie wär's, wenn ich nochmal... Hier? War das hier? Ja. Noch irgendwer? Ach, stimmt. Verdammt, das war so eine Spezial-Sonder-Einheit, die ist ein bisschen schwerer. Kann sein. Dass da noch einer von den Spezies hochkommt. Naja. Ah, die sind so schwer gepanzert. Ich dachte hier den Miner... Oh ja. Okay. Okay. Ich weiß nicht, was überhaupt wirklich so dreckig ist, aber... Naja, es sieht eigentlich ganz gut aus. Verdammt! Scharfschütze visiert uns an! Schön, nochmal das Spiel... Äh... ...gespeichert. Da ist überhaupt kein Rauch geworfen. Ich geb' Deckung! Ich geb' Deckung! Ich geb' Deckung! Ich geb' Deckung! Das gibt hier mal Kopfschmerzen. Ich bin ärgerlich. Ich geb' Deckung! Ich geb' Deckung! Ich geb' Deckung! Oh! Das Aquarium geht kaputt. Das ist interessant. Das ist ja cool. Ah. Was waren das jetzt alle Drohnen? Nein, waren es noch nicht. So. Stinger. Was sehr interessant ist. Ich dachte, dass das ein Scharfschütze ist. Der trifft ja ziemlich beschissen. Und dafür, dass ich sein Todeskotel bin, ist er noch viel beschissener. Aber hey. Nicht meine Sache. Drei, zwei, eins. Schieben. Bravo. Hades Konvoi ist zwei Minuten entfernt. Verstanden. Schneide ihm den Weg ab. Autsch, das hat weh. So. Wir locken ihn in einen Hinterhalt. Weg hier. Verschwindet. Los. Achso. Bravo. Hades kommt. Verstanden. Mitchell, die Ladungen. Ah. Ich muss die Ladungen platzieren. In Deckung. Warte auf mein Zeichen. Was war das jetzt? F oder E? Oh. Oh, die rechte Maul. Was war das? Was war das? Bravo. Nicht aufgehen. Wir müssen Hades erwischen. Jut. Ach, das ist auch noch einer. Ich dachte, das wäre sie, die nach vorne läuft. Vorwärts. Wir müssen den Bereich sichern. Vorwärts. Wir müssen den Bereich sichern. Vorwärts. Vorwärts. War das ein Triple Kill? Was sieht da noch aus? Hm. Gegner. 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 Ich brauche ja noch ein paar Granatenabschüsse deswegen. Achso. Man darf dem Feuer nicht zu nahe kommen, auch wenn es auf der anderen Seite vom Auto brennt. Sind das eigentlich intelligente Granaten? Manchmal wirkt es so. Entschuldigung. Wo seid ihr denn? Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Hm. Aha. Au, verdammt. Und das war nicht das falsche Ziel. Da kam eine schwer bewaffnete Einheit. Ich kann ihn von hier nicht sehen. Immer noch was anderes. Upsa. Okay. Wie gesagt, schwer bewaffnete Einheit ist immer noch was anderes. Okay. Muss darauf achten. Tut mir zwar leid, aber den muss ich mit der Granate umwerfen. Was ist denn da einer? Ah, da. Das macht es natürlich wesentlich einfacher, wenn man intelligente Granaten hat. Die man schießen kann. Wow. Okay. Das war doof. Oh. Sie stellt sich da hin. Okay. Schon entspannt, wie viel Granaten in so... ...Mädel. Das ist nicht witzig. Was ist das nenne ich mal? Ah, da. Ich meine, da hinten wäre einer drüber geklettert. Hm. Wieso ist die Stimme? Deswegen ist die Stimme so nah. Da ist noch einer. Hm. Da hinten ist noch einer. Da ist auch noch einer. Und er hat ein Freundesgesicht bekommen, der arme Kerl. Und er hat einen. Oh, ich habe wenig Munition. Eine Sekunde. Sicher ist sicher. Ich... Da müssen eigentlich noch andere Gegner kommen. Deswegen... Ich... 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 Und ich muss ja meine Granatenabschüsse erhöhen. Deswegen... Das ist gar nicht so schlecht. Kommt noch einer. Tatsache. Da kommen noch welche. Aber mit den... Uah. Verdammt. Wir rücken zu Hades vorn. Roger. Achtung. Mehr KVA auf dem Weg. Ah. Schnell, Mitchell. Ich gebe weg. Mal sehen, ob Dauerfeuer geht. Nicht ganz. Los, Mitchell! Habe ein... Gepanzerter Truck, dass er wirklich überstehen würde? Ich warte, Mitchell. Dann warte du mal. Achso. Gepanzerter Truck. Granatenkrieg nicht kaputt. Ich kann ihn auseinanderreißen. Stimmt. Ich hatte ja die Pistole an der Hand. Da war was. Stimmt. Gucken wir mal F, um die Waffe zu nehmen. Wenn wir denn dann rankommen. Oder auch nicht. Ja, das ist einer aufgeschlitzte Kehle. Kommt vor. Danke dafür. Okay. Holen wir dich raus hier. Gerade bestätigt. Hades wurde getötet. Wiederhole. Hades wurde getötet. Wir kannst das machen ohne Retina-Scan. Er... ...weiß es. Eins... ...weiß es. Ja. Genau. Was weiß Ians? Ja, was weiß er? Was weiß der Kerl? Oh, guck mal. Plus 21. Abschlüsse. Oh, ich habe einen Verbesserungspunkt bekommen. Kann ich aber nicht verwenden, weil ich immer zwei brauche. Ja, jetzt mittlerweile. Ähm, um Dinge aufzurüsten. Deswegen... Naja. Gut. Gut. Dann nächste Mission. Ladebalken wäre da. Ähm... Aber es lädt nicht. Und das Spiel ist geschlossen. Schön. Es war nicht meine Absicht, aber... Äh... Ja. Ja. Äh, eine Sekunde. Ich starte gerade das Spiel neu. Nee, ey. So. Äh... Eine Sekunde. So. Ich habe es. Es wurde einfach so geschlossen. Warum auch immer es so geschlossen wurde. in meiner verantwortung jetzt solltet ihr auch wieder bild haben so kampagne ein neues nein missionswahl und zwar menschenjagd hatten wir ja so jetzt